hallo hier die meisterinnen und die meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender türchen heute mit türchen nummer acht ja und ich habe die acht auch schon gefunden hier unten ist sie und wir schauen rein was wir bekommen und es ist ein skyhopper ein spielmodell wie es luke in episode 4 auch hatte und wie cool sich das als mini modell umsetzen lässt das schauen wir jetzt beim aufbau ja und auch hier muss ich sagen wieder keine enttäuschung ein exzellent entworfenes modell sie haben sogar den streifen mit reingebracht der skistock ist wieder clever eingesetzt gefällt mir gut von der form her also es kommt auch gut an den skyhopper ran also da habe ich gar nichts zu meckern außer dass er vielleicht nicht so gut steht genau das sind unsere ersatzteile jedes einmal eins teil ihr kennt das ja und ja da würde ich sagen das war ein solides türchen also wir freuen uns auf jeden fall auf mehr dieser adventskalender ist vielleicht der beste den wir seit jahren hatten ob er weiterhin das niveau halten kann das sehen wir im nächsten türchen ich sage aber erstmal bis dann hier und schau ihr jedi meisterinnen und jedi meister